Du hast die Wahl. Wähle für die Zukunft Deutschland und wähle für deine Zukunft. Und dass du mitbestimmen kannst, dass du mitreden kannst in der Politik, dass deine Meinung zählt, tatsächlich zählt, die Basis. Ein Tipp für die heutige Wahl, damit wir wieder echt demokratisch werden. Wir hatten jetzt zweimal eine Diktatur in Deutschland. Die letzten Jahre war sowas ähnliches wie eine Diktatur. Milliarden wurden verschwendet. Jeden Tag. Zwei Milliarden unter Merkel. Jeden Tag hat Merkel ins Ausland transferiert. Wir müssen unser Land wieder aufbauen. Wir müssen unser Land wieder stärken. Und damit das klappt, musst du mitmachen. Und dass du mitmachen kannst, dafür steht die Basis. Und ich glaube, das ist die Zukunft für Deutschland und auch für die ganze Welt. Weil wir können ein Beispiel abgeben, was echte Demokratie ist. Und wir können auch noch den Schweizer nicht zeigen, da draußen, wie man wirklich demokratisch macht. Das ist nicht nur so halbherzig, sondern richtig demokratisch. Und ich glaube, die Basis ist dafür die Basis. Wählen gehen. Deine Stimme zählt. Bis die Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Euer Dieter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.